Hallo, hier ist Claudia von der LifeWork. Hast du eigentlich schon entdeckt, dass du der Schöpfer deiner Umwelt bist, dass du der Schöpfer deiner Welt bist? Hast du das mitbekommen? Es ist so genial, wenn man verstanden hat, wie man bewusst seine Welt erschafft und wie tatsächlich einfach Wünsche wahr werden. Und mir ist es jetzt ein Herzensanliegen, dass jeder in diese Kraft kommt, weil es gibt auch da nicht irgendjemand anderem irgendwas wegzunehmen, sondern das ist also ganz deine Welt, die du für dich erschaffen kannst, ohne Wenn und Aber. Da kann dir im Prinzip niemand helfen und auch niemand was wegnehmen und sich niemand in den Weg stellen. Und wir haben jetzt ganz neu ein Produkt entwickelt, also ein Weg dahin aufgezeigt, wie das funktioniert. Das sind ein paar Dinge zu beachten, zum Beispiel wie das Unterbewusstsein gegenüber dem Bewusstsein steht, wie sich das verhält, was genau zu tun ist, wie lange man die Energie halten muss, um seinen Wunsch wirklich werden zu lassen, wie man überhaupt seinen wirklichen Wunsch entdeckt. und dann, ja, wie man eben die Energie halten kann, die Energie des Wunsches dann halten kann, bis er eben umgesetzt wird und da gibt es ein paar Dinge zu beachten. Also, wenn du dich wirklich in dein Leben stürzen willst, mit deiner vollen Verantwortung und daraus natürlich als super selbstsicher herauswächst, dann melde dich bei uns und wir schauen, was wir zusammen machen können. Bis dann, ciao!